Und so was Leute, willkommen bei der nächsten Mod-Verstellung. Heute gucken wir uns den etwas älteren Ursus C330 an, Modell bei Peacons, edit by Spa. 15.000 Euro kostet der ganze Spaß, leider keine weitere Beschreibung da, aber okay. Hier haben wir das gute Stück, ich kann euch jetzt schon mal sagen, es ist kein deutscher Modder, der das gemacht hat, deswegen gibt es da auch einige Schwierigkeiten, was die Anleitung angeht. Deswegen verzeiht mir. Kommen wir mal zur Textur. Sieht ziemlich nice aus. Die Felgen sehen zwar ein bisschen aus wie die der Goldplatten, aber ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Soll dann doch eher die Farbe Gelb statt die Farbe Gold sein. Aber ansonsten, hier rostet er schön. Das ist, ja Licht, genau, das ist Licht, Licht. Und ja, Motor, selbst der Motor sieht schön aus, wie man sich die alten Maschinen halt so vorstellt. Steigen wir mal ein. Wir haben hier eine manuelle Zündung über die Taste 0, auf der Tastatur können wir die Information einschalten. Mit Enter auf der 10er Tastatur stoppen wir das ganze Ding. So, hört sich eigentlich ganz nice an. So, dann kommen wir jetzt mal zur Tue Nummer 1. Können wir hier links blinken, Nummer 2, äh, Nummer 3 rechts und Nummer 2 Warnblinker. Also Lichtskript mit vorbaut. Nummer 6 können wir vorne den Frontlader anpacken. Da funktioniert auch, da sieht es zwar ein bisschen albern aus, aber ansonsten funktioniert das. Ist jetzt reine Geschmackssache, wie man das jetzt haben will. Mit der Taste Numpad 5 können wir das Dach aufschrauben. Mit der Taste Numpad 4 passiert gar nichts. Mit der Taste Numpad, hupala. Mit der Taste Numpad 7 können wir die Tür auf und zu machen. Auch ziemlich nice, schön animiert. Mit der Taste Numpad 8 können wir das Dach etwas öffnen und mit der Taste Numpad 9 können wir hier, also hier steht da, zu alt so, du kallacki. Ich denke mal, das ist ein Tschechen, Tscheche oder wie auch immer. Ja, das war's dann aber auch schon mit der Durchschaltung, reicht auch vollkommen aus. Äh, das hat, sieht auch sehr gut aus, das ist die Amateur eher gesagt, nicht das hat. Ja, habe ich teilweise noch in den alten Dingen auch in Erinnerung. Wir haben hier noch 300 B2 Bierdosen. Ja, hm, wenn's die Tschechen brauchen, bitteschön. Zum Vorverhalten. Machen wir mal das Frontetec ab und das Dach brauche ich ganz ehrlich gesagt nicht an. Schöner Muttersound auf jeden Fall, guck mal hier aus. Also, das hat noch ein bisschen Bums in der Ohren, ja. Ihr seht schon, mit den Bordsteinkanten ist so eine Sache. Oh ja, wenn ihr Bordsteinkanten ist so eine Sache, aber ansonsten ist das Fahrverhalten vollkommen in Ordnung. Der Muttersound, der ist flockig locker, mit der Taste F könnt ihr das Licht einschalten. Das andere gemäß soll. Ja, wollt ihr euch das alte Ding runterladen, bitte in der Beschreibung bei Mutter bedanken. Ihr kennt meine ganzen Sölle so viel. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Raut und rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.